Jetzt, nach den ersten Tagen, beginne ich eigentlich erst so richtig zu realisieren, was ich angefangen habe. Jeden Tag gibt es neue Eindrücke, es gibt Neues zu erleben, es ist fantastisch. Das einzige, was immer gleich bleibt, ist das Wetter, nämlich schlecht. Also die vollen Naturgewalten heute, der Wind, unglaublich stark, bläst da hier. Es ist wirklich mühsam, es ist anstrengend, es ist schwül, ich bin körperlich angeschlagen. Irgendwie habe ich die Freude am Weg verloren. Ich habe Leute gefragt, wo ich da hinkomme und die haben mir da den Weg gezeigt. Eigentlich auch durchgehen in die falsche Richtung. Das macht mir etwas Sorge für die Wüste. Ich habe Leute gefragt, wo ich da hinkomme und die haben. Ich habe Leute gesagt, wo ich da hinkomme und die Pastor, Untertitelung des ZDF, 2020